In diesem Video schauen wir uns die Umweltsphären des St. Galler Management Modells an. Im St. Galler Management Modell gibt es folgende vier Umweltsphären. Wirtschaft, Natur, Gesellschaft und Technologie. Es könnte sein, dass die Umweltsphären bei euch so heißen. Oder, dass die Umweltsphären mit der Eselsbrücke Wurst, um die rechtliche Umweltsphäre, die normalerweise zur Sozialen dazugehört, erweitert wird. Kurz zu den Umweltsphären. Umweltsphären sind Ereignisse und Entwicklungen, die auf die Unternehmung wirken, von der Unternehmung aber nicht beeinflusst werden können. Sowohl in positiver als auch in negativer Hinsicht. Schauen wir uns an, wie man möglichst einfach zuordnen kann, zu welcher Umweltsphäre eine Entwicklung gehört. Fangen wir mit der ökonomischen Umweltsphäre an. Ökonomie ist Wirtschaft. Ihr müsst euch also merken, ein gesamtwirtschaftliches Ereignis bzw. eine gesamtwirtschaftliche Entwicklung beeinflusst die Unternehmung. Beispiel eines wirtschaftlichen Einflusses können Konjunktur, Inflation oder Deflation sein. Einen großen negativen Einfluss haben aber vor allem Wirtschaftskrisen, wie die Finanzkrise 2008 oder die Corona-Krise 2020. Die ökologische Umweltsphäre ist Umwelt bzw. Natur. Ihr müsst euch in diesem Fall merken, dass es jegliche Veränderungen sind, die mit der Natur zu tun haben. Das können neue Rohstoffe sein, Luftverschmutzung oder Bodenknappheit. Auch wenn ein Tier vom Aussterben bedroht ist und es eines unserer Nahrungsquellen ist, kann es einen massiven Einfluss auf die Unternehmung haben, welche durch dieses Tier Geld verdient. Als nächstes haben wir die technologische Umweltsphäre. Es ist die wohl größte und auch wichtigste Umweltsphäre. Sie kann einen Markt aufs Radikalste verändern. Hier handelt es sich um sämtliche Neuentwicklungen, meistens in Form von digitalen Geräten oder Diensten. Es kann aber auch im Medizinbereich oder sonst wo neue technologische Entwicklungen geben. Das Internet hat unser Einkaufsverhalten verändert. Google hat verändert, wie wir uns informieren und Apple hat verändert, wie wir miteinander kommunizieren. Und das sind nur wenige Beispiele. Unbestritten ist der massive Einfluss der Technologie. Die Zuordnung sollte hier den wenigsten ein Problem bereiten. Als letztes haben wir die soziale Umweltsphäre. Diese ist sehr wichtig, dass sich hier um sämtliche Veränderungen der Kundenbedürfnisse handelt. Während den früheren Generationen Karriere und Vermögen wichtig waren, gewinnen Fragen zur Umwelt immer mehr an Bedeutung. Auch steht der materielle Besitz nicht mehr im Vordergrund, denn Erlebnisse mit Freunden und Familien sind heute wichtiger. Hier müsst ihr euch also merken, wie verändern sich die Bedürfnisse der Gesellschaft.